Nach der totalen nuklearen Vernichtung könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation nun ihre Aufgabe sein. Aus diesem Grund hat VORTEK Trainingsfilme und Broschüren entwickelt, damit Sie die sieben Attribute besser verstehen, die Sie special machen. Als nächstes geht es um Intelligenz. Nach all dem Gerede um die körperlichen Gefahren im Ödland vergisst man schnell, dass ab und an nur der Klügste überlebt. Ein leerer Geist will mit Wissen gefüllt werden. Und Intelligenz ist der Schlüssel für neue Möglichkeiten und die Anpassung an die neue Welt an der Oberfläche. Ihr großes Wissen ermöglicht Ihnen den Zugang zu neuen Bereichen und neuen Technologien. So geht Zukunft! Intelligente Überlebende lassen sich einiges einfallen und erschaffen ihre eigenen technologischen Wunderwerke. In der Wissenschaft spielt Sicherheit eine große Rolle. Und wenn sich alles gegen Sie wendet, scheuen Sie sich nicht, Ihren Kopf auch mal auszuschalten und Ihre Überlebensinstinkte sprechen zu lassen. Verlieren Sie nur nicht den Kopf! Eine hohe Intelligenz hält aber noch mehr Vorteile in dieser modernen Welt der Wunder bereit. Das Steuern von Fahrzeugen wird dann leiden. Heilen Sie Ihre Mitmenschen in dem... Die Erschaffung wirkungsvollerer chemischer Mittel aus. Lesen Sie aufmerksam Ihre Vortex-Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen Sie, was Sie special macht? Das Steuern von Fahrzeugen wird dann leiden.